Das Ende eines grotesken Schauspiels Die FC Bayern ist seit mehreren Wochen auf der Suche nach einem neuen Torwart. Nun haben sie dies in ihren eigenen Reihen gefunden. Das Ende des absurden Spektakels der schlechten bayerischen Außenpolitiker Was haben Käper Achise Belaga, Roberto Sanchez, Jeroni Moluli, David Raja Stefan Ortega, Roche Mamadashvili, Bone und David Der gemeinsam? Ja. Sie alle wurden als Ersatz für den verletzten Manuel Neuer zum FC Bayern transferiert. Wie groß das Interesse der Bayern wirklich ist, wissen nur die Bayern-Bosse, aber allein die Anzahl der Namen wird für Aufsehen sorgen. Der mächtige FC Bayern hatte einst ein aufgeblähtes Festgeldkonto und ein klares Transferziel. Kurz darauf schlüpfte der Spieler ins FC Bayern-Trikot. Es war jetzt völlig anders. Das Harry Kane-Problem des FC Bayern München in diesem Sommer hatte die Münchner Transfer-Taskforce nur eine Priorität. Harry Kane Doch trotz aller Gespräche mit Dortmund-Trainer Daniel Levy über den neuen Superstar scheiterte die Suche nach einem Torwart. Dass sie überhaupt einen Torwart finden mussten, ist übrigens eine innenpolitische Angelegenheit. Noch vor wenigen Wochen hatten die Bayern mit Jan Sommer, heute Inter, und Alexander Nübel, heute VfB Stuttgart, zwei Torhüter im Kader und zumindest die Nummer 1b. Wann wird es sein? Nicht sicher. Bis Neuer für ein Spiel zurückkehrte. Bayern geht vermutlich davon aus, dass Neuer bald wieder zwischen den Pfosten stehen wird. Sonst wäre die Entscheidung, die ich heute getroffen habe, vielleicht anders ausgefallen. Tor für Ulreich Sieg für Neuer Anstelle einer starken neuen Nummer 1 wird am Freitag beim Bundesliga-Auftakt in Bremen ein alter Bekannte am Tor der Bayern stehen. Und Bild berichtet, dass es auf lange Sicht genauso bleiben wird. Auch Sven Ulreich erhält Spielfreigabe Nach wochenlanger Suche nach einem Ersatz. Plötzlich kann man ihm wieder vertrauen. Sie können sich vorstellen, was Ulreich darüber denken würde. Sie werden die Saison nicht mit einem aufgemutzten Veteranen beginnen. Alles in allem ist es eine Transfergeschichte mit überwiegend Verlierern beim FC Bayern. Das Wackeln des Bayern-Trainers hat sie selbst, die Mannschaft, Thomas Duchel und Ulreich geschwächt. Aber es gibt einen großen Gewinner und das ist Manuel Neuer. Denn trotz seiner Verletzung verkaufte der Verein mit Sommer und Nübel zwei ernsthafte Herausforderer und verpflichtete keine neuen Spiele. Stattdessen suchen sie nun nach einer neuen Nummer 3. Es ist ein absurder Anblick.